Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Die Wandergruppe Ernst Barlach des SV Einheit Güstrow lädt am 26. Juli zur Wanderung zur Jemnitzer Schleuse ein. Mit dem Zug geht es nach Bad Doberan und von dort dann zur 16-Kilometer-Tour. Treffpunkt ist um 7.50 Uhr am Güstrower Bahnhof. Das 13. Drachenbootrennen startet am Sonnabend um 9 Uhr am Bootshaus des SV Einheit Güstrow. Es wird dann eine Einweisung für alle teilnehmenden Mannschaften geben. Sie müssen 200 Meter auf drei Bahnen zurücklegen. Wer sie anfeuern möchte, ist herzlich eingeladen. Am Dienstag, dem 31. Juli, wird der Film Happy End um 20.15 Uhr im Kinderjugendkunsthaus gezeigt. Die französisch-deutsch-österreichische Co-Produktion entstand 2017 und wurde bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt. Jetzt können Sie ihn vom Filmclub Güstrow sehen. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de. Untertitelung des ZDF für funk, 2017